hallo und herzlich willkommen ich bin es onkel boogie und wir spielen medieval dynasty ja warum bin ich wollte doch eigentlich vor allem schuhe abgeben erst reinschalten warum habe ich eine armbrust in der hand lauert hier gefahr nein ich denke nicht aber ich dachte mir ist es ein sommertag ja es ist ein sommertag ein zweites sommertag ist es schön warm aber ist ein bisschen kriselig vom wetter her aber ich dachte mir wisst ihr was wäre doch mal geil einen kleinen spaziergang hier zu machen oder was ist hier für eine geile platz hier so ein bisschen so tundra mäßig oder ist es ein bisschen tundra ich dachte mir gerade wir können ja mal hier so ein spaziergang durch den wald machen und vielleicht sehen wir irgendwas cooles und ich nehme euch einfach mal mit alt oder neu ernsthaft steine geladen knüppel mit eisenerz ist auch okay zu überladen schon wieder was trinken das ganze bach leer trinken jetzt mal ohne mist ich glaube gut als selbst beim eisen und beim knüppel so und schlechten blut habe ich an einem wagen noch nicht gefunden das ist ja geil da hinten direkt mit dem zoom so ein bisschen das ist alles ja schade jetzt schon ein bisschen mehr erwartet ach so überladen sind wir wie kriegen wir das gerade hin wir sind überladen um nicht euer ernst oder um 0,2 das heißt wenn ich die bären wegfutter dann passt es wieder außer wir finden jetzt den nächsten wagen und die armbrust muss immer geladen im anschlag sein weil er wald fremde gefahren also manchmal sehe ich ihn zu spielen echt wie so geister ich hätte schwören können dass es hier so eine dorfbewohnerin ist mit so einem schmutzigen kleid unten und so einem hellen hellen oberhemd oder so warum sehe ich sonst ja und die kumpels haben es nicht mitbekommen aber wie krass ist das denn schaut mal die sind kurz vor den nika mittlerweile sind diese wacker bunten echten problem ja achtung leider ins bein geschossen glaube ich habe ich beide an der backe hatte einen bogen beides nahkämpfer was sind drei jetzt ein bisschen aufpassen es könnte sein dass die ein bisschen zu schnell sind alles gut jungs nichts passiert bei uns ist ein büffel oder das was die lauf zurück oder was feiglinge bleibt stehen so ausweich manöver habt ihr gesehen wie hinten noch das blut so hinten rausgekommen ist aus dem kopf haha nicht mit mir gesetzloses gesündel kommst du 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 nix ist passiert gibt mal den knüppel her ich wollte einfach nur noch mal sicher gehen ob der käse auch wirklich ob der käse ist wert das gibt mal ein bolzen bitte dankeschön fackel bitte aus wir brauchen keine keine zeugen für unsere auf der text ist meine armbrust wieder kommt die nicht doch da ist er doch krass oder leute auf jeden fall und den hat es auch hier ist auch ein harter treffer oder nur da zwei pfeile vorne drin und hat eine axt aus geile eisen axt zeige ich mal was hast du noch so gebratenes fleisch und gibt mir deine münzen mann du hast nicht bezahlt beim onkel boogie jetzt hat man steuern wenn man hier lang läuft so jetzt sind wir überladen aber wir sind ja fast am dorf so jetzt muss der andere doch hier liegen und der andere denkt sich da oben bestimmt so ich mach mal auch die pfeile das ist so wie sie ihr meine treffer sind immer so miese halstreffer da kann auch schleichen oder sagen wir voll einen auf sneaky bg er hat gemerkt hat ihm nichts gebracht hat eine palisade um sich herum ist ja auch geil die waren vor allem zu viert und die haben wagen wie geil ist das denn leute was haben die für ein cooles lager schaden auf die sekten kohl hassen gesetz wird er doch sagen gesetzlose das krasse wäre stelle ich mal vor es werden updates ich hätte nicht richtig geschaut dass die bevölkerung von deniger die so ein bisschen außerhalb und einen wald spaziergang macht oder so ein reis natürlich ein bisschen armselig die ausbeute hier das ganz guten eisenmesser 107 goldmünzen trinkschlauch weizenbier das ist schon ganz nett hier und aber was ich weiß nicht die weidenkiste das brennholz das mal liegen das könnt ihr behalten fackel nein aber sonst noch etwas das ist der ungeschossene durchsucht oder schönes messer und bringt uns viel geld ein weil es sogar der chef gewesen hat die besten sachen einstecken dass die immer käse haben käse ist ja anscheinend sehr begehrt hier gibt sonst noch etwas hier auch baumstamm bank ich dachte eben gerade baumstamm trank so wir sind überladen aber es ist gut dass ich die folge gestartet habe und jetzt mal ohne scheiß leute ich habe das nicht gewusst dass das hier kommt oder so was ich dachte einfach gerade die landschaft war schön und das lied lief weil ich finde es immer cool wenn die musik läuft weil die musik läuft nicht immer und da dachte ich mir gerade so ach komm ich kann euch daran teilhaben lassen an dieser reise und genau dann passiert es auch finde ich aber mega wir haben auch glaube ich auch noch die hat man ich glaube die sechs baumstämme einstecken kann das sein weil wir haben ja kein haus gebaut wir wollten nur gucken was platzieren können wir können die hier troppen holzstämme wo sind sie dann 15 kilo das passt ja pass mal auf wir trocken die passt doch nicht jetzt bin ich immer noch genau so schnell 2 kilo zu viel habe ich nichts zum essen habe irgendwie stöcke einstecken auch so 22 steine jetzt ab zum dorf weil es wird auf abend dann zu gehen aber das ist schon krass hier dass du kannst muss ich eben was gehört dass sie so ein schlangen fauchen oder so wir sind hier friedlich in der stadt brauchen wir sowas nicht apropos schlangen fauchen ihr wisst ja das ist wenn die dieb und sowas gell wenn ihr das gesehen habt da habe ich das zum beispiel nie gehört wenn die schlange faucht so bitte wer möchte eine näherin aus der nachbarschaft hat mich gebeten dies zu geben was möchte sie ist das ein trick ich bin mir nicht sicher dass zwischen euch beiden ist aber ich denke es wird höchste zeit dass ihr kriegsball begrabt was ich nun vielleicht hast du recht und unsere realität hat lange genug gedauert weißt du was das habe ich gerade gemacht ich zeige es ihr sagt mir ist es ein friedensangebot okay dann brauchen wir nicht wieder von wegen was besseres und so das ist dann okay was mit euch habt ihr was gut wo der ist gar nicht schlecht kasimir kasimir die katze der sieht auch cool aus ach guck mal sie ist erwachsen ich dachte auch dass ein junges mädchen 23 was kannst du sie ist auch gut 33 fähigkeiten aber er 43 also kasimir würde ich ganz gerne anheuern wenn ich ehrlich bin ich brauche ein händler hier oben wer will ein bisschen was geschäfte machen bist du ein händler posan sie hier king da king da ist auch gut wo ist der king king da ging hier das so sie hat 8800 ich würde mal sagen die 1800 die schnappen wir uns die ganzen eisenmesser sind gut was wert ich meine wert zwar cool natürlich die an unsere leute zu geben aber hier ganz ehrlich wir brauchen jetzt ein bisschen geld fackel zehn prozent aber die andere bald einsetzen fleisch 56 wo wird man hat das ist ja muss ja vorsichtig sein das ist der google der abgeben müssen dürfen jetzt nicht verkaufen auf jeden fall ein knüppel sehr cool großartig was wert und immer mit käse käse ist halt echt richtig wertvoll immer wir haben acht leingewebe ach so wir dachten doch dass wir das zu viel bräuchten und die mädflasche ist eine leere flasche da heben wir die mal auf die stellen wir auf den tisch dann drauf blauenwein ein richtiger wein der wird verkauft stachel besetzt der knüppel wäre auch mal für uns eine ganz gute waffe trinkschlauch weg die beiden kisten unbedingt auf weizenbier verkaufen wir ja ich sag mal wir haben wieder gut was verkauft ja wir haben hier 1400 abgenommen haben wir noch etwas was zum verkauf ist oh ja eine weitere eisen axt ganz ehrlich ich will das geld haben wir brauchen das für uns dann später die anderen sachen freizuschalten und so gut es gibt sonst hier oben nichts was wir bräuchten oder also müssen uns auf jeden fall mal hier merken wie heißt der gute mann der ist echt cool der da der kass kasimir hat sie mir wir kriegen es vielleicht hin am morgigen tag was muss man sich die holzstämme wieder einsammeln die lagen hier auf dem weg irgendwo da lasst uns mal hier hingehen und so lang es noch helles das haben wir unsere stämme ein und dann überlegen wir uns die haben es auch geil gebaut hier ist halt schön flach hier so was hätten wir gebraucht wir haben definitiv ich will nicht sagen dass wir an der falschen stelle gebaut haben aber wir hätten halt nicht den hang nach oben so hoch ziehen dürfen es wäre es auch ein wagen da rechts es wäre sinnvoller gewinn ne 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 den baumstämme krass guck mal die zählen zur landschaft das sind keine baumstämme die irgendwie als baumstämme angezeigt werden gute müssen sie unten lang hilft alles nichts das lager jetzt von diesen banditen eigentlich noch da jetzt müsst ihr irgendwann dies bohren dass der genau hier noch irgendwas getroppt ein stock wieso mach ich auch die mühe mitzunehmen wieder was krass wenn jetzt wieder neue hier werden ok es war ich ok ich habe immer ich denke immer noch dass ich irgendwas vergessen hätte oder so das ehrlich das brennholz mitnehmen für den nächsten weitenkorb wie viel kilo haben wir denn einstecken naja nee zwei kilo und wir sind wieder überladen also von daher ich will aber nicht diesen weg zurückgehen ich würde gerne parallel weg gehen also richtung wasser unten zum einen weil wir da ein bisschen was anderes mal sehen von der landschaft wieder und zum anderen natürlich die gelegenheit haben wo wildschweine will ich jetzt mit wildschwein anlegen eigentlich nicht wobei gibt's killung halt ja keiner hat was gemerkt so bei musik ist aggressiv warum das andere wildschwein ist auch ganz aggressiv gerade lebt noch gar nee was krass wäre wenn sich das so tot stellen würde nur wo ist man gleich überladen noch so wenig überladen was mit dem zweiten schwein erstmal den bolzen dankeschön ich bin auch immer ein bisschen wir spielen doch im stream donnerstags immer ikarus und bei ikarus ist es so dass du auch dann tiere ausnimmst und dann noch die knochen verarbeiten muss denke ich mal automatisch dran so wir müssen runter ans ufer was ist mit dem gewicht das gutes wir haben sehr viele steine einstecken wir müssen ein bisschen aufpassen wir dürfen nicht immer mit so viel gepäck da loslatschen genau da hat man lieber nach was hart wäre wenn wir hier unten schon wieder auf die nächsten banditen stoßen würden es ist der weg wo ist denn der weg hier so warte mal ist wenn ich hier vorbei haben sagt das ist eine coole stelle hier liegt nee das war nicht hier so noch sehen wir ein bisschen was also noch können wir so laufen wir können uns dann direkt pennen legen und dann müssen wir uns gedanken machen projekt im wohnhaus projekt mittelalterliche wohnbau ich komme hier unten am weg wird schon keine gefahr lauern außer unsere eigene puste so hart gerannt dass er so außer puste sind dass wir zusammenklappen hier liegen wir hier kann passieren aber wusstet ihr dass das die banditenlager so unterschiedlich sein können was auch geil wäre wenn einfach so ein paar lager da wären die nicht von banditen sind ist ihr dass man so ein bisschen unterscheiden muss achtung sind es gesetzlose oder nicht dass wenn man da auf die schießt dann auf einmal minus punkte im nachbardorf oder sowas hat weil man irgendwelche bürger von denen umgebracht hat so ist mehr auf dem gemeinschaftlichen weg hier bedeutet dass wir hier eigentlich keine schub kann finden werden oder ich werde zu früh ab Rudmann ne oder nene 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 ich mag das nicht bei nach art stört euch dass wenn man bei nacht unterwegs das insgesamt war voll scheiße man sieht nichts und so dieses ist es mal ganz cool im winter wegen dem schnee aber so das hier gerade eben das mag ich nicht wir legen uns jetzt direkt mit der fackel wir sind feuer und flamme weil wir nach hause gekommen sind wir legen uns direkt zu unserer frau ins bett liebster schatz hast du was hast du was nur hallo jemand mein kind hast du warst du kannst jetzt wieder diese person ist nicht daran interessiert der alte brezzi ist er halt ja wie der papa so das so und so eisenerz gut wir haben im endeffekt ein paar sachen die wir jetzt hier überall reinpacken müssen wir müssen ganze ganze länge sogar weg packen wir können wir anfangen mit der schönen trinkflasche so dass gerade schon einstecken haben wo war sie irgendwo stand hier eine flasche geiler aber es ist eigentlich so eine sie fast aus wie so eine flasche die man neben an den gürtel hängt oder so ich hatte mal so eine ähnliche flasche meine großeltern hatten die damals aus aus marokko näher spanien glaube ich oder sowas mitgebracht cooler aus auf jeden fall geil ich mag das so wenn wir so kleinigkeiten da haben oder so genauso bei den holzfeldern werden wir auch später irgendwann mal so holzstapel ablegen meister de der volle coole hut gehst voll mit dem trend so wir müssen ja noch wir müssen wir eigentlich das dann geben hier oben ja wir folgen gerade steckt dich nicht oder doch wir folgen dem dem quest ernsthaft das ist bei uns das ist ja bei uns im dorf gewesen leute ich hab das vergessen ihr kriegt beilegen nene hier ich komme mit guten nachrichten zurück was passiert hat sie endlich zugegeben dass die schlechte in der handwerkerin ist nicht direkt nein sie will diese rivalität zwischen euch beiden wenden und bietet das hier als friedensangebot an ich werde nicht ruhen bis sie zugibt dass sie die bessere handwerkerin bin bitte hör auf damit ist halt beide ganz hervorragende näherin und sollte zusammenarbeiten um noch schönere kreationen zu schaffen anstatt euch gegenseitig zu bekämpfen nun es ist ziemlich gut gemacht selbstverständlich nicht so gut wie es bei mir geworden wäre aber trotzdem schon gut ich werde versuchen mich wieder mit ihr zu vertragen das ist doch schön wir haben den google bekommen und wir haben die edlen schuhe aber weißt du was behalten unsere arbeiten meine meine und ihre wenn du nicht gewesen wärst hätten wir wahrscheinlich nie wieder miteinander geredet das war mal vergnügen das war mir jetzt mal wirklich ein vergnügen weil jetzt mal ohne scheiß wir haben jetzt voll die edlen schuhe werden doppelt nähe haben kein doppeltes paar schade nach ist ja warum wir haben google die abgegeben und google bekommen wir haben wir haben mal gegoogelt ja sollen wir die klamotten einlagern wir haben diese edlen wir haben schon ja für viele edle schuhe da kommen noch ein paar die ich eigentlich ganz ehrlich für die verkaufen haben auch ein google hier drin google kann auch verkauft werden oder google brauchen wir ebenfalls nicht das passt doch dann würde ich mal sagen wir haben nicht genug der gieß zwei stück werden uns nicht erreichen aber kein problem stöcke 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 ich denke wir brauchen ja hier das passt doch dann müssen wir das lager da müssen wir schauen ob das lager so viel da hat wo wir müssen auch da passiert ach du scheiße jetzt die scheune hat sie ja mal richtig gebeutelt also noch mal vier da brauchen wir stroh stroh haben wir jetzt gar nicht einstecken wir können aber stroh kloppen habt ihr nicht eventuell stroh in der kiste hier nee aber wir können hier den hopfen rein machen jetzt haben wir zweimal hopfen wir müssen auf jeden fall apfel birne und kirchbaum wir haben wir können mehr bäume hin machen so dass das hier mal das darf so nicht bleiben wird man da kommen ein stock noch so strom müssen wir noch machen sie steht da hinten drin das hat eigentlich glück ob das nicht durchgefallen ist das ist so geil mit dem hopfen dass er jetzt groß ist und unsere bäume sind nicht mehr gewachsen ja die sind noch glauben glaube ich genauso groß wie vorher auch aber hier müssen wir ein bisschen erweitern was wollte ich denn jetzt machen ich wollte ins lager ich wollte wir müssen mal oben an die holzfäller bude ich will mal schauen wie viel holz wird denn auf lager haben ich glaube viel wenn ich das sehe das entspricht wirklich dem lager kapazität oder ja aber nicht in der form doch es ist voll das lager das ist auch geil dass man das halt sieht finde ich richtig cool geworden haben wir die andere holzfäller bude war oberhalb ja doch daher aber ich glaube das war da drüben die so viel holz gelagert hat weil die würden auch holz hier ein lagern aber die haben selber nicht so viel platz 50 50 nicht so voll wie das andere schwer ist er denn erfolgreich am verkaufen von dem von unserem ganzen krims krams wir folgen der hintergrund ich will ein upgrade machen ich will diese scheune hier also das lager updaten ich will so updaten dass wir auch das lager in der zwischenzeit dann es muss ja benutzt werden können es ist halt dauernd voll überladen und wir kriegen wahrscheinlich nicht so viele holzstämme rein wie wir brauchen nach 50 holzstämme das wird nicht reichen ums update zu machen aber das wird weniger und was machen die wurfsteine von 1300 sind wir da ein bisschen runter schon mittlerweile ich glaube er verkauft er verkauft 1300 pro tag das was da kann man immer ganz ehrlich mal ein bisschen mehr von den wurfsteinen verkaufen lassen weil wir hatten noch verkaufskapazitäten oder ist es einfach mal ist es jetzt richtig eben gerade ein bisschen sie kann bis auf dem schlauch weil hier haben wir 100 prozent und es geht auf wurfstein und es werden ist es ist eine kommen das ist schon stückzahl 1000 pro tag werden verkauft er wird nicht viel machen können gut wir müssen jetzt auch nirgendwo mehr hin fürs quest das heißt ich werde mal mal gedanken machen wo wir ein wohnhaus hin platzieren dann sehen wir uns in der nächsten folge oder so machen wir es also daher sage ich vielen lieben dank fürs einschalten bis dann macht's gut